Sittad ist eine Stadt im südlichen Teil der niederländischen Provinz Limburg. Sie hatte 38.865 Einwohner und ist seit 2001 Teil der Gemeinde Sittad geliehen. Die 95.243 Einwohner zählte auf einer Fläche von 81,20 Quadratkilometer. Sittad ist eine Grenzstadt. Die Altstadt Sittads befindet sich nur drei Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Geschichte Der Ort ist in karolingischer Zeit zwischen 700 und 1000 entstanden. Er gehörte um das Jahr 1200 zum Herzogtum Limburg und erhielt 1243 Stadtrechte. Im Jahr 1400 wurde Sittad zusammen mit den Orten Born und Süsterin für 70.000 Goldgulden an das Herzogtum Jülich verkauft, bei dem es bis zum Einmarsch der Franzosen 1794 verblieb. 1543 Im dritten Geldrischen Erbfolgekrieg erlitten die habsburgischen Truppen der Maria von Ungarn, Generalstadthalterin der Niederlande seit 1531. In der Schlacht bei Sittad am Ostersonntag eine Niederlage gegen die mit Frankreich verbündeten Truppen Wilhelms V. von Jülich-Kleweberg. Im Krieg, den der französische König Ludwig XIV. gegen die Vereinigten Provinzen der Niederlande führte, wurde die Stadt 1677 fast völlig zerstört. 1794 wurde Sittad von französischen Revolutionsstruppen erobert. Die Franzosenzeit begann. 1798 wurde Sittad Kantonshauptort im Département de la Rue der Französischen Republik. Am Ende der Befreiungskriege gegen Napoleon kam Sittad 1815 zum Königreich der Vereinigten Niederlande, wurde 1830 bis 1839 Bestandteil des neu entstandenen Königreichs Belgien und gehört seit 1839 durchgehend zu den Niederlanden. Mai 1940 bis Ende 1944 waren die Niederlande von Truppen der Wehrmacht besetzt. Sehenswürdigkeiten Sankt Petruskirche Basilika Unsere Liebe Frau vom Heiligen Herzen Schloss Grasbrück Sankt Rosa Kapelle Regina Karmeli Bezinningshüß der Karmelitinnen vom göttlichen Herzen Jesu Die Schwestern vom Kollenberg Sittad im Film Der Stadtteil Kollenberg diente neben dem Studiogelände von Fürst Flor Fitschers in Almere als Drehort für Flodder, Söhne und Töchter der Stadt. Matthias von Sittad, Dominikaner, Theologe, Schriftsteller und kaiserlicher Hofprediger. Güliel Muskobben, römisch-katholischer Bischof von Helsinki, Thun Hermanns, Kabarettist, Sänger und Dichter. Leo Horn, internationaler Fußballschiedsrichter, Germ Hofmey, Fußballspieler. Jan Nolten, Radrennfahrer, Jan Notermans, Fußballer. Helga Petzold, Kunstweberin, Edi Beugels, Radrennfahrer. Willi Dullens, Fußballspieler, Jan Krekels, Radrennfahrer. Kup Stevens, Fußballtrainer, Renneke Dykstra, Fotografin. Mike van Diem, Filmregisseur und Drehbuchautor. Willi Jansen, Fußballspieler. Arnold Wanderleit, Boxer. Danny Nielissen, Radrennfahrer. Lauren Stassen, Politikerin. Peter van Wees, Skeletenfahrer. Renz Blom, Leichtathlet. Nachweise, Zentralbüro 4D-Statistik. Sittat Geleen 11